Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Live in der Woods hier bei Explorer LP. Wir sind wieder seit einigen Folgen hier unten im Untergrund und ja, wir haben Obsidian gefarmt, geholt, mehr oder weniger. War schon eine reine Tortur. Und wir wollen eigentlich jetzt nach oben, zurück nach Hause, aber wir haben uns total verfranz. Ich habe keine Ahnung, wie wir nach Hause kommen. Wir waren eigentlich schon auf dem Heimweg, haben uns dann wieder durch irgendwelche Gänge verleiten lassen und man weiß ja, wie das ist bei dem Spiel. Dann zup, zup, zup. Müssen wir hier hoch. Haben wir uns verlaufen. Ich weiß nicht, ob wir hier im Kreis laufen oder wir gehen hier lang. Irgendwo müssen wir ja auskommen. Gehen wir da lang? Lebensmittel werden auch langsam knapp. Ich will hier unten nicht verrecken, ja. Ich glaube, hier sind wir total falsch. Scheiße, Mann. Ich habe dich genau gehört, Kollege. Ich glaube, hier sind wir schon mal ansatzweise richtig. Ja, hier ist der große Raum. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hoch? Da nicht. Da? Wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, hier ist der. Achso. Hier sind wir aber falsch. Können trotzdem mal gucken. Ist nix. Wir haben nicht mal ansatzweise hier unten was erkundet. Was bist du denn? Kapo. Sind wir hier Diamanten? Nur mal gucken. Ich will hier nichts unversucht lassen. In der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja auch durch Zufall auf dem Weg Diamanten gefunden. Aber ich glaube, hier nicht. Ne, geh mal wieder. Wie gesagt, Lebensmittel werden knapp. Ich will hier unten nicht verrecken, weil ich elendig hungert bin. Auf jeden Fall, unser Loot werden wir nie wieder finden. Nie wieder. Ne, da will ich nicht lange. Hier sind wir auch falsch. Hier ist der Spawn. Das heißt, aus der Richtung sind wir schon mal nicht gekommen. Wir müssen jetzt wieder in diese große Höhle. In diese hier. Ich meine, wir sind aus der Richtung gekommen. Kann das sein? Wir gehen einfach mal hier lang. Wenn's denn geht. Aua. Ich hör's schon wieder. Ich hör's schon wieder. Ich hör's schon wieder. Ich glaub, das sieht gut aus. Was? Was? Da ist er. Was ist los? Freund der Sonne. Ich glaube wir sind am richtigen Weg. Wir müssen jetzt glaube ich da durch. Ich hab auch kein Metall mehr. Ich bin nur nach Hause. Zu meiner Mama. Ich bin nur hier lang. Alter. Äh. Ich laufe im Kreis, ne? Da würde ich jetzt nicht lang. Wir müssen wieder zurück. Wo geht's hier lang? Scheiße. Äh. Okay. Spiel bitte. Schick mich nach Hause. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Alter. Scheiße man. Jetzt bin ich langsam nervös. Kann sein hier links. Kommen wir zumindest irgendwie bekannt vor. Wir haben schon wieder Hunger. Die letzte Nahrung. Das rumgehobst. Das kostet hier so viel Energie, ne? Ach ne, ne? Alter. Ich weiß nicht, ob man das... Kann man das Zombiefleisch essen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach so. Muss mal hier. mal hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die Folge wird jetzt dann... Ja, wird nicht mehr viel passieren, außer dass ich entweder sterbe oder will den Weg nach Hause finden. Scheiße, die Wand dann. Okay, gehen wir runter. Jetzt sind wir wieder hier. Ich meine, hier sind wir richtig, also hier geht es irgendwie nach Hause, aber ich weiß nicht mehr welchen Gang. Nein, 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 nein. Willkommen zu Hause. Scheiße. Tja, muss mal gucken, ob wir so einen Loot da unten noch kriegen. Verdammt. Ich wusste, dass das früher oder später passiert. Kacke. Ich hoffe, dass dann hier jetzt nicht in der Lava liegt. Wir müssen hier ran. Aber seid mir nicht böse, da mache ich jetzt, äh, weil all dieweilen, ne? Keine Waffe, keine Rüstung, nix. Sind jetzt alle Level weg? Das ist aber auch scheiße. Ne, hier ist mal falsch. Wir sind hier runter und dann... Hier, ne? Ja. Wir müssen auch direkt dann an unserem Sterbeort vorbeikommen. Ich spreche die große Höhle. Wir müssen hier lang, glaube ich. Ja. Na, hier ist, glaube ich, das ist aber auch falsch. Ah, verdammtes Spiel. Kann man jetzt hier wieder hoch? Ähm. Ähm. Ne. Boah, jetzt bin ich enttäuscht. Das ganze Obsidian. Äh, die Diamantpickaxe. Alles weg. Verdammter Hacke, ja. Verdammte Hacke. Wo musst du denn runter? Jetzt haben wir uns schon wieder verfranzt hier. Äh, ist... Mann. Mann, 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 Mann. Da muss man hoch, ne? Ohne Werkzeug jetzt, äh, ziemlich... ...suboptimal. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass unser Loot weg ist. So. Wir sind... Wir sind... Wie sind wir da runtergekommen? Hier? Also hier nicht. Ich bin sicher, dass wir hier runtergegangen sind. Oder? Das war die große Höhle. Also hier nicht. Lass noch mal eben schauen. Hier was. Genau. Dann war hier die Witch. Dann sind wir geradeaus durch. Ich glaube, da hinten, ne? Hier durch. Kann es sein? Ja. Es ist nur die Frage, in welche Richtung... Was hier? Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, in die entgegengesetzte Richtung. Und dann runter. Und dann runter. Und dann hier lang. Das müssen wir eigentlich auf den Lava-Raum treffen, wo wir waren. Irgendwie. Ja, hier werden wir im Kreis laufen, ne? Sehe ich das richtig? Wo war das hier? Ja. Wir müssen einfach mal ein bisschen rum. Wir werden schon irgendwo auskommen. Oder doch hier runter. So. Okay, den Raum können wir ja... Okay. Wir sind in der Nähe. Hier. dann gehen wir hier lang so schnell kann es gehen labern nicht aufgepasst aus die maus ja ist gut wo ist der kackraum laufen im kreis wir laufen falsch na komm willst du nicht gar nicht kürze schon blubbern unser atlas war auch drin gut er hat jetzt noch nicht viel drin aber das hat ja das material gekostet eben lang gelaufen tü 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 So, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist auch richtig, hier sind wir rein. Wie sind wir denn da lang gelaufen? Geradeaus, 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 geradeaus. Weiter geht's nicht, geradeaus. Rechts. So, hier vielleicht? Das sieht doch alles so gleich aus. Das ist so Perversion, ne? Bloop. Hier links, kann das sein? Könnte sein, ist aber nicht so. Hungry, ja. Es tut mir very leid, aber... Hier sind die Gänge. Ja, hier sind wir wieder falsch. Alter. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und ich suche jetzt zwischen den Folgen noch weiter die Stelle, wo wir gestorben sind und wenn ich sie gefunden habe, dann logge ich mich wieder ein. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.